Ja, schau mal, du hast so ein Haus, ey. Da wohnst du wirklich drin. Das ist doch geil. Bänden. Danke. Sammelt Pfeifenkraut 1. Annehmen. Gerne doch. Doch, Pfeifenkraut. Warte mal, bleib mal eben hier stehen. Ich muss mal eben Nase putzen gehen, ja? Ja. Du kannst ja so lange was reden. Genau. Rede mal. Ich trinke mir auch mal was, ey. Warte mal. Ach, die gute Apfelschorle. Töre, Benjamin, du kleiner Elefant. Töre, Benjamin, wir wollen dich sehen. Wir freuen uns. So. Bündchen, deine Welt ist schön. So. So, ähm. Das ist jetzt überhaupt gar nicht... Es muss bestimmt hier irgendwo... Vielleicht auch im Busch hier irgendwo so... Da ist auch Pfeifenkraut, ey. Voll einfach. Alter, ist das einfach. So, ich hab... Du musst auch, glaub ich, noch ernten. Ja. Was war das denn jetzt? So. Und wieder zurück. Mein Gott, ist die La... Ey. Die hätte doch auch mal... Ist die das überhaupt? Bringt. Das war zur Witwe. Ja. Oh, fertig. So, jetzt müssen wir den Brief zu dem... Also wieder dem Typ bringen. Immer hin und her. Das sind die Aufgaben, die sind immer hier so hin und her. Das weiß ich noch, ey. Ey, guck mal, ist die Tür offen. Echt? Kann man da rein? Ja, kann man. Jo. Mach'n wir gleich mal. Oh, jetzt brennt die Nase. Oh. Oh. So. Äh, Pfeifenkraut. Verlohnung. Das ist schrecklich. Boah, ey. Äh, besiegt Bären in der Nähe des Hofes von Witwerdingsbums. Dann machen wir. Und wieder weiter. Oh Gott, ey. Alter, müssen wir runter. Die Frau will doch... Ne, der Mann will doch uns verarschen, ey. Und Eldors Kräuter dienen sogar. Das müssen wir dann irgendwann mal machen. Spricht mit Edgar Zweigler. Okay. So, hier müssten die Bären sein. Noch hab ich hier... Okay, ist nur ein Borstenfell. Aber ich seh noch keinen Bären. So, ich irgendwie auch nicht, ne? Boah, da steht ne Elbin. Ja, das ist ne spätere Aufgabe. Da müssen wir bald mal hin. Ah, da ist ein Bär. Da ist ein Grizzly. Im Bayerisch. Da ist ein Grizzly. Oh, guck mal. Da ist ein Grizzly-Bär. Erster. Erster. Was ist das denn? Finger weg. Alter, wo sind die? Die ganzen Bären, ey. Ah! Boah, fuck, ey. Fast hätte mich das Ding angegriffen. Dein ist noch ein Bär. Ah, und hier ist ne Dings hier. Da kommt, äh... Das müssen wir bald mal machen. Das ist auch ne Dings-Quest hier. Wo dann so ein Gegner, so ein richtig Gegner kommt da. So ein Hammerfetter. Zweiter. Und da ist noch einer. Ey, der nimmt uns den weg. Fick dich, du. Ey, ey, gut. Verpisst. Down, down, down. Den krieg ich, den krieg ich zuerst, Alter. Den krieg ich zuerst. Dritter, down. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Noch einer. Ach, die sind ja leicht. Ja. So, noch zwei Stück. Da ganz unten ist noch einer. Und da. Ich nehme den hinteren. Du nimmst den vorderen. Okay. Brauchst du Hilfe? Ne, ne, der ist gleich. So. Schön. So. Sprecht mit Asphalt-Fullingsbums auf ihrem Hof. Natürlich. Die können auch nichts alleine regeln, ey. Ey, das ist irgendwie bei denen so ganz komisch. Die können's einfach nicht. Ne. Frodo musste auch den Ring zerstören. Weißt du was? Ich hätte den Ring einfach wieder weggeschmissen. Ja. Boah, ich glaub... Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ah, fertig. Jetzt wieder zu den Typen da unten, ey. Gibt's doch nicht. Boah, ey. Ey, habt ihr doch... Hier. Gibt's nicht. Ne, aber gut, wenn sie den Ring nicht zerstört hätten... ...da wäre Sauron... ...hätte man nicht besiegen können. Ja, ach. Oh, diese blöde neue Tastatur, ne? Die ist so... Ah! Was ich komisch finde... Warum... ...wurde halt der Ring nicht schon eher entdeckt? Weiß ich nicht. Wie oft hat Gollum den angezogen? Äh, was muss man... Ach da, Qualität des Stingsbums. Boah, ey. Sammelt Feldfrüchte von Asphalt vor Stingsbums. Ah, ne. Alter, irgendwann nochmal hier... ...die anderen beenden. Ach, Gott. Jetzt auch noch Bauernarbeit machen. Ey. Die sind alle, glaube ich, faul. Gut, äh, man sagt ja sowieso, Hobbits sind faul. Jetzt müssen wir wieder mit der blöden Frau da reden, oder wat? Hä? Oh, wir müssen das mal fragen. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ja. Bringt den Korb zu Dingsbums. Okay, machen wir. Ist voll die... ...Cannabis-Plantage hier, ey. Ja, aber da ist legal halt, ne? Ja. Weil, wie heißt nochmal das? Kraut? Äh, was die... ...in Herr der Ringe rauchen? Weed. Ne, ne, warte mal. Wie hieß das nochmal? Koks. Ach, jetzt hör auf und mach auch keine Sche... Pfeifenkraut. Naja, das hieß, aber hat Pippin doch zu Merry gesagt. In Rohan. Ach. Äh, boah, wie hieß das nochmal? Äh, ähm... Keine Ahnung, sowas merke ich mir nicht. Warte mal, wer ist denn jetzt hier was zu weh? Bringt den Korb gemüse nach Himlock. Waldmeister. Wohin? Zu Himlock. Da. Hier, der Norbitier. Ah, da. Bauernmarkt. Wie unhöflich. Jetzt hat der auch wieder ein Aufge... Ey, der will uns doch... Bringt Himlocks Bezahlung zu Ass... Irgendwas... Irgendwas... So, ich hab jetzt noch eine angenommen, ey. Die eine da mit Nachricht für Bannward. Ja. Aber erstmal machen wir... Wo müssen wir überhaupt lang? Ich glaub, wieder zu der Frau. Mal schauen. Nee, wir müssen wieder zurück. Ja, aber das ist jetzt eine andere Mission jetzt. Weil wir könnten auch bringen Himlocks Bezahlung zu Assvodl Vorschoren da. Und das ist die Frau. Hä? Ich versteh jetzt hier grad nicht. Wohin müssen wir denn überhaupt, ey? Warte mal. Was jetzt nochmal hier... Kranker Hund bringt... Eldos Kräutermedizin zu Gar. Ja, wo ist denn Gar? Ach, der Hund! Dieser blöde Mistköter! Ach. Oh, jetzt hat der auch wieder eine Aufgabe, der... So. Ah, jetzt kann man ihn wieder aussuchen. Es tut mir leid. Ich war in Gedanken ganz woanders. Äh, der hat Scheißhandschuhe. Nimm ich mir die aber mit. So. Oh, jetzt ey. Lürfte ich vielleicht mit euch... Annehmen. Oh, wieder zurück. Ich sag ja, die Aufgaben sind zwar einfach... Aber halt das Hin- und Herlaufen, ey, das ist echt mühsam. Ja. Da spiel ich ein bisschen Minecraft Adventure. Ich lauf auf dem... Ne, wie heißt das mal das eine Lied? Ähm. Auf der Mauer... Auf der Lauer sitzt... Ein Ingo-Viva. Passt zwar jetzt irgendwie nicht so... Aber egal. Zack. Du musst mal schnell, ey. Ich weiß gar nicht, meine, er läuft so richtig schnell. Das ist doch... Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, dass du keine Zweitschwerter hast. Kann auch sein. Aber ich hab ein Schild dafür. Aber erst mal mit Asphalt können wir reden, auch. Mit ihr?